Sie wissen, warum Sie hier sind und was passiert ist? Es wird gelingen, 85 Prozent der Belegschaft zu halten. Es ist Sonntag, Birgit. Geh mal in die Luft. Heute ist Montag. Ist nicht dein Ernst. Lola? Ich glaub, dass ich halluziniere. Lola? Ich hab ne Schwester. Hast du dann gesagt, du bist weise und allein? Was willst du eigentlich von mir? I von dir? Ich will überhaupt nix. Ich bin für dich verantwortlich. Ich kann nicht sehen. Du verkaufst deine Seele für die Kohle. Alle anderen hier sind dir doch scheißegal. Jeder macht mal Fehler. Du nicht. Geh und sage, wie es, dass du mich gelingt hast. Sonst mach ich's. Mann, bist du paranoid. Wo bist du? Hinter dir.